Und ein herzliches Willkommen bei der nächsten Episode von Wild Hearts. Wir machen heute den Goldstachel mit der Ratter. Vielleicht kommt noch jemand mit, wer weiß, vielleicht hat jemand Zeit mir zu helfen. Den Goldstachel zu besiegen. Ja, der könnte hier sein, der Goldstachel. Der könnte hier sein, direkt. Da ist er ja. Hm. Ja. Easy. Der kriegt jetzt... ...richtig aufs Maul. Ich hätte eigentlich geblockt. Okay. Okay. Der meint's ja ernst. Der Kleiner. Okay. 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 Ja, natürlich laufe ich genau da rein. Okay. Ich habe ihn seinem Schweif abgetämpft. Geht auch. Oh, hi. Danke für die Hilfe. Ich sehe so selten Leute mit Regenschirm. Wir hatten vor einigen Runden jemanden. Okay. Okay. Komm. Muss nicht. Danke. Danke. Das bitte nochmal. Okay. Das war zu schnell. Oh, nein. Nein, 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 nein Ah, der ist kaum, der ist kaum Oh, das habe ich nicht kommen sehen Nein, nein, zweimal falsch geschätzt Nein, nein, das wollte ich jetzt auch nicht Ah, ich wollte auf die Wunde drauf Wir sind aber immer noch zu zweit Sie leckt ein bisschen, ne? Ich wollte jetzt eigentlich nur so ein Schmetterling fangen Gibt gar nichts Schade So Ah, schön Gut, das war es aber noch nicht Wir müssen hier noch die Ratte besiegen Diese Person weiß wahrscheinlich nicht, dass ich hier wahrscheinlich ein bisschen schneller bin Oh, oder? Okay Wenn ich mich weiterhin so anstelle, bin ich langsamer Hm? Hm? Okay 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 Nein So, okay Hm? Hm? Ah Okay Habe ich hier irgendwo noch Materialien auf dem Weg? Ah, ja Okay Das reicht mir. Das ist weg da. Okay. Ich schlafe. Ist da ein Stück rausgebrochen? Ja. Aus dem Pilz ist ein Stück rausgebrochen. Ach, das arme Gartenbaby. Ayame? Wieso sind das immer alles Anime Namen? Oh, ich dachte ich block das. Okay. Okay. Ach, die kleinen Ratten. Und? Also, bei. Warn. 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 Aber jetzt, sobald ich höher steige, kriege ich auf die Nuss. So. Gut. Stufe 3. Hier sind jetzt wieder neue. Oh na. Stufe 2 wollte ich. Wir sind ja noch bei Stufe 2. Ja, stimmt. Die Ratte. Für neue Materialien. Hier. Goldstachel. Oder Ratte. Goldstachel macht irgendwie mehr Spaß. Deswegen. Goldstachel. So. Und der ist gleich da oben. Den haben wir gleich. Den Goldi Stachel. Kann ich den jetzt auch aufretten? Nein. Okay. Er ist da oben. Okay. Ich brauche was, dass ich da schneller hochkomme. Kann ich jetzt hier eigentlich wieder... Das geht. Komme ich damit hoch? Komm. Das bisschen noch. Okay. Das geht. Finde ich gut. Kostet ein bisschen Material. Okay. Dann nutzen wir das hier. Gleich. Also das ist fast auch nicht immer ganz. Okay. Ah, komm. Nicht verzeigen. Den Stachli fragen. Na? Das funktioniert bei mir nicht. Oh, wir haben einen Kumpel. Der will abhauen. War ja sowas von klar. Wieder rüber. Oh, die Steine hole ich mir. Oh, was ist hier? Hatten wir denn nicht schon einmal im Team? Nein, ah, viel zu früh. Okay. 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 Ich hab geblockt. Ah. Ah. Okay. 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 Leider habe ich da hinten drin jetzt kein Lager. Okay. 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 Das nehme ich auch noch. Das ist jetzt die letzte Phase. Okay. 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 Schau aus damit. Okay. Natürlich rollt er alles nieder, was er macht gerade. Oh, ich muss kurz heilen. Sehe ich gerade. Oh, ich muss kurz heilen. Feier Tower. Jetzt ist er tot. Schön. Kann einer von euch machen. Verzeih. Kein Ding. Kann es gut machen. Ah, ja. So schnell kann es gehen. Himmel. He he he. He he. He he he. Das Game macht halt Bock Aber ich werde immer schneller Vor allem, sobald ich einmal im roten Bereich bin und reinsense, da wächst kein Gras mehr Okay, wir schauen jetzt mal ganz kurz, wie es mit unseren Karakuris hier aussieht Ja, wir können einiges wieder bauen Ich weiß aber nicht, was gut ist Erhöht den Schaden Mehr Heilung Das könnte praktisch sein Was mache ich mal für Materialien Haben wir noch? Wir haben noch ein bisschen was Die Mauern verbessern Ist jetzt nicht unbedingt notwendig Aber Jetzt schauen wir wegen der Rüstung mal Oder Waffe verbessern Geht immer noch nicht Uns fehlt Schlangenschwebehaut Fehlt noch Hier Oh, das könnten wir Das kann ich aber nicht mehr Haben wir sonst noch was? Das Können wir dann das? Nein, auch nicht Alles, was wir können Können wir nicht Perfektes Parieren Weniger Crit Hm Okay Das wäre, wenn ich hier direkt runter möchte Obwohl, kann ich hier rüber? Hm Verbessern Ähm Hm Verbessern Kann ich das machen? Äh, das ginge Mach ich mal Das 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 Ja Dann Äh Das 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 Oh 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 Jetzt fehlen da halt nur die Speziellen Teile Von den besseren Monstern Von den besseren Monstern Der sieht halt cool aus Hm Hier Ende Feuer Das sehe ich gar nicht Okay, jetzt haben wir einen schon mal 245 Schaden Was macht der? Okay Ich mach fast das Doppelte an Schaden mit dem Ups Okay Kann ich euch sonst noch irgendwie helfen? Rüstung schmieden? Ich bin nicht sehr weise, die Ausrüstung, die euer Leben schützt, zu vernachlässigen, oder? Nein Ich will alles schmieden Ich will alle Teile haben Deswegen mach ich das hier Äh Ja Nein Ja Nein Ja Nein Hm Okay Gut Schmiedekunst macht Spaß Wir könnten auch hier mal nachschauen Haben wir hier irgendwas Tolles? Güter Was bedeutet das? Ah Heil die Gesundheit von Verbindeten Verstehe Habe ich irgendwas, was speziell für meinen Regenschirm ist? Kunst der Tarnung Ja komm Egal Äh Ich mach mal den Regenschirm Vorerst Weil er mehr Schaden macht Dann Würde ich sagen Danke Leute fürs Zusehen Dann sehen wir uns in der nächsten Folge Werden wir wieder so ein Monstern so richtig auf den Kopf hauen Ciao, ciao Habe ich lieb Und abonniert Liked Und vielleicht die Glocke Dann verpasst ihr auch keine Folgen mehr Es kommen jeden Tag Folgen Ciao, habe ich lieb